Herzlichst Willkommen zurück einfach mal weiter geht nicht anders es gibt nur eine ja ich spiele mal weiter hier einfach mal einfach mal weiter es gibt nur eine mögliche richtung hier und du bei der 2013 game of the year edition allerhöchste auflösung marginal helligkeit schwierigkeit leicht und ich spiele ohne trainer also jährlich und ich grüße alle die haare hier die haare hallo dress fx also jedes einzelne haare sichtbar es gibt nur eine richtung hier einfach einfach mal weiter gehen als ich seien also die ja die brauche jetzt umhauen weil oder worte müssen wir einen umhauen aber da muss eine deckung da müssen wir einen umhauen warte feuerpfeile wieviel feuerpfeile ach komm schätze feuerpfeile alle das noch einer da liegen feuerpfeile noch rum wenn man braucht um da ist noch nie der ist schon weg weggegeben jetzt müssen wir da rüber springen oder sieben bisher und festhalten einhaken und jetzt einhaken sieht ein bisschen weiter aus den kann man filzen oder den will ich filzen ne komm äh kann man nicht filzen du sollst den ne kann man nicht ok äh es geht nur ja geht nur ja jetzt warte jetzt kommt ein video und dann ein kämpfchen da haben wir aber die waffe wieder oder warte wir haben im moment nur den bogen aber wenn jetzt jetzt kommt der wit man und ein video und dann kommt ein kämpfchen und da haben wir aber die alles wieder oder normal hm weil ich kann mich erinnern äh ich hab dann hab dann mit der knarre geschossen jetzt kommt der wit man oder hm 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 Hallo ich meine sind sie okay was war los sie sehen mich nicht als bedrohung deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen wussten sie dass sie an den festgehalten werden ja ja sam ist da drin aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe diese solari sind ein anthropologisches Wunder Lara das sind irre Mörder Dr. Wittman wir müssen unsere Leute da rausholen natürlich klar ich äh ich passe hier auf äh auf mich wenn es sicher ist ja ja jetzt war so ach jetzt warte jetzt haben wir haben wir jetzt aber die knarre dann oder weil da wird es wieder da kommen die gepanzerten du wurdest auserwählt samandra das ist eine große Ehre für dich für uns alle manche haben schon geglaubt wir finden dich nie und jetzt bist du hier bitte ich weiß sie denken ich bin was besonderes das bin ich nicht und ich will nicht auserwählt sein es geht nicht darum was du willst sondern darum was du bist Hemikos Blut fließt durch deine Adern ich denke du weißt das samandra sie sind irre methajas warum tun sie das du suchst nach logik und vernunft aber dann ist kein denselben fehler habe ich auch begangen ich dachte uns könnten schiffe erreichen und flugzeuge nicht vom himmel fallen ich will einfach nach hause so wie ich klack seit jahren habe ich auf das hier gequatet und mein leben gegeben denk nicht ich hätte nicht versucht von hier wegzukommen von diesem ort wir alle sind gefangen aber du samantha du hast die macht uns zu befreien viele haben für diese gabe ihre seelen freiwillig gegeben die brände werden schlimmer das andere mädchen ist weg das muss ein ende haben dimitri bewache sie mit deinem leben ja genau jetzt kriegen wir die Waffe wieder jetzt kriegen wir alle wieder weil jetzt wird es gar nicht abwegt wittmann wozu hell ist der er kommt lachen lachen lauf lachen zurück zurück in den dron sein lana lauf weiter sam ich komme schon irgendwie raus ja gut hier muss man jetzt ein bisschen Bisschen Deckung und Altschul, ich bin grad beschäftigt Munition einsammeln und oh klar, oh jetzt kommt der gepanzerte oder oh ne ah sie geht aufrecht, da hat er ja aufrechter Gang jetzt kann man versuchen das Zeug einzusammeln wenn die nicht direkt, ja, wenn die nicht direkt im Feuer liegen, kann man es versuchen zu fützeln ja, vielleicht geht das anscheinend noch, jetzt warte also hier mal schauen, dass man alles noch ein bisschen mitnimmt da hinten liegt noch einer, ich bin grad leicht beschäftigt ja jetzt kommt ja hier wird es jetzt ein einfach mal gerade nicht relativ linear weiter hier und ja in die andere richtung links um die ecke jetzt da muss man sich jetzt durch kämpfen da hilft mal nix war da nicht noch irgendwie war da nicht noch nee da ist an sich nix mehr die sind aber gepanzert hier auch noch also einfach weiter kann man nicht anders beschreiben hier ich spiele auf leichter ist ein bisschen auto was haben wir da voll freigeschaltet warte ausweichen und einen nachbacken das war jetzt der ausweichkill oder irgend so was warte das war der ausweichkill oder den habe ich schon freigeschaltet einfach mal weiter geht nicht anders geht nicht gibt es nichts verbindung zum server getrennt kurze pause einfach mal weiter gehen gerade geht nur in eine richtung was ist denn da oben jetzt sehe ich nix mehr ah jetzt kommt irgendwas anderes ah ja jetzt müssen wir die jetzt können wir den granatwerfer aufsatz oder oh warte warte ja ja oh ne sie gehört mir was müssen wir jetzt auch wieder machen ach warte ich muss schnell da raufklettern warte ich muss schnell links die wand rauf warte ich muss schnell links die hier die wand rauf oder und den dann umhauen warte was muss ich da schnell wieder machen solare befestung äh granatwerfer das moment geh weiter draußen nee warte kletterwand genau wo du erstmal klettere dann hinauf und springe schnell an das seil genau du musst hier schnell an die kletterwand und an das seil springen und dann kriegst du den granatwerfer jetzt warte und die musst du auch geil benutzen warte 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 rechter bumper mit rechter bumper glaube ich warte äh das war's mit dem versteckspiel jetzt müssen wir glaube ich also ich nehme jetzt den granatwerfer und jetzt rechter bumper rechter bumper rechter bumper stehe da da ah ja mir ist doch gar nicht sonst ist hier Ende und jetzt haben wir den granatwerferaufsatz und jetzt kannst du in das erste DLC bonuscarp zurückreisen und da die Tür öffnen mit dem granatwerferaufsatz siehst du das ist der granatwerferaufsatz für den äh für den staubwedel hätte ich bei mir gesagt jetzt mal so macht granate und jetzt jetzt müssen wir auch gleich die Tür hier öffnen mit rechter äh Zielkreuz ist rot siehst du wenn es rot wird kann man richtig rampbar und äh hier hier haben wir jetzt erstmal glaubt ihr dreckigen Mistzerne ich kriege euch alle ja ich bin grad wieder mal beschäftigt ja ich finde das schon ergreifend äh ergreifend wie sie hier die Dora Tschirner also das hier synchronisiert finde ich schon auch ein bisschen gut gemacht muss man kann man gar nicht einmal drauf machen du kannst auch in den Scheinwerfer schießen also ich hab dich schon gut synchronisiert Jura Tschirner Kommt da nicht noch ein Lager wir haben erstmal ja du könntest auch granaten benutzen irgendwie aber warte da ist ach ne das sind granaten da hinten ist nix mehr wir müssen da oben rum rauch ist schon ergreifend also ne ja ne doch also da haben wir sonst nix mehr irgendwie gell also Sammelgegenstände Dokumente in dem Sinn gibt's jetzt hier keine ist dann da ist ein Lager jetzt warte den haben wir noch nicht warte wie spät haben wir es oh ja machen wir mal bis zum Lager oder warte also wir müssen da rauf ja ist klar ist klar gehen wir mal ans Lager und machen Pause oder wir müssen da rauf gehen wir mal ans Lager Bumpgun 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 gemeistert so jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt was nehmen wir da sicherer Schuss Pistolen was ist das Ausweichkillmeister könnte man nehmen oder warte das ist vielleicht nie verkehrt Ausweichkillmeister warte ok du kannst es ausschalten und hier bissl aufrüsten jetzt warte da können wir was machen Upgrades jetzt bei so Wart Brand Munition ähm was haben wir noch Laufen Kommandelsche Schaft Atomrötchen Warte wieviel was haben wir denn äh da haben wir erstmal alles da haben wir noch nicht alles da haben wir erstmal alles da haben wir erstmal alles da haben wir erstmal alles da sowieso das sind die Outfits äh 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 jetzt haben wir äh telefon oh warte ah ne whatsapp äh jetzt haben wir erstmal da haben wir alles da haben wir alles häken häken da haben wir alles gut das haben wir auch das haben wir auch ok Freunde dann machen wir da mal Pause äh ich schalte auch sie wieder ein tschüss bis gleich tschüss